Also ich hoffe sehr, dass Sie selbst nicht glauben, was Sie da sagen. Sodass wir im Sommer alle wieder zur Normalität zurückkehren können. Die Zeit bis dahin, die wird eine fordernde. Aber wie immer im Leben ist in Wahrheit das Wichtigste die innere Einstellung. Und das eigentlich alles fast unerträglich erscheint. Und meine große Bitte ist, nutzen Sie dieses Angebot. Eine Idee eines nicht wirklich demokratischen, stark und streng geführten Landes. Und bis es soweit ist, müssen wir die Dinge hinnehmen, die wir nicht ändern können. In diesem Sinne wünsche ich trotz allem. Entscheidet euch für unser System, kämpft gegen die Korruption, etabliert eine ordentliche Demokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat. Sie haben ja ein eigenes Hirn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.